hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play faktorio ja wir sind ja ganz fein basteln und weiter geht's jetzt hier schon mal ein bisschen was geklatscht kommen wir natürlich nicht mehr hin das ding das setzen wir dann einmal hier mitten rein so in etwa jetzt brauchen wir dann nur noch eine stromversorgung dran und das machen wir auch direkt das war klar was sie hier kann man hier auch direkt weiterführen und dann bin ich am überlegen ob wir hier nicht hingehen und die gleiche schmelze noch mal ohne den bahnhof hinsetzen dieses gerät aber erst mal weg noch ein paar fließbänder eskaliert meine tastatur so habe ich mich jetzt gerade erschreckt dieser zug inzwischen ist ja relativ viel verkehr was züge angeht finde ich sehr sehr cool das hier ist falsch das gehört nämlich so hin dann kann sich das hier dann herumschlängeln müsste mal überlegen ob es nicht sinnvoll wäre die stahl schmelze denn da hinten hier in dem bereich zu machen könnten uns aber jetzt erst mal hier dieses lustige eisenerz noch holen das holen wir jetzt wieder mit übertrieben vielen abbauapparillen aus dem boden raus oh je da fehlt genau einer das nervt mich gerade ein bisschen dann muss ich jetzt mal selber einen herstellen ich wollte auch nichts mehr selber herstellen gegen diese blauen fließbänder laufen ist auch so ein krampf aber wir sind ja bei krampfgarten von daher passt das ja ganz gut so jetzt machen wir uns hier ein 4 bild splitter hin wir haben zwar nur drei aber das soll uns erstmal nicht davon abhalten als zwei zwischen kann ich relativ gut bauen irgendwann hat man sich das gemerkt wie es funktioniert 1 2 1 2 da 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 und da und dann so 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 keiner gesehen so jetzt können wir hier das ganze erz einfüttern ich habe das gefühl dass das was wir jetzt hier gerade machen vielleicht ein bisschen langweilig ist aber wir sehr produktiv sind gerade im moment seht ihr das auch so oder ist das nur so mein subjektives empfinden das war falsch sollte mal die hand leer machen dann kann ich hier nämlich auch blaupausen auswählen im blaupausen buch das da das ist genau falsch rum das kann man hier direkt mal ändern da wir sowieso nicht im bauradius drin sind baut er das eh nicht selber aber da haben wir schon mal so grobes layout wie dann unser bahnhof dann hier funktionieren soll hier würden wir uns dann gerne das eisende wieder weg holen so wo haben wir unsere tunnele so das geht so so kann es gehen warum genau habe ich das jetzt bis da oben an die schiene dran gemacht das war schlecht das war richtig schlecht sagt man jetzt bevor wir jetzt hier herum eskalieren machen wir jetzt einmal hier eine neue blaupause von diesem apparat hier falsch machen wir nicht wir warten erst mal und drehen hier die kameraden noch rum das sind stapel greif arme die kann man auch direkt umdrehen das geht nämlich dann folgendermaßen gucken wir schauen wo wir also das ist ja draußen fällt gerade ein traktor vorbei so jetzt haben wir das auch die stehen schon auf eisen das ist gut und dann ziehen wir uns da jetzt ein blaupäuschen von zack gut das speichern wir einmal als was ist denn mit meiner tastatur mensch b lade war im hof beladepaar hinhof nehmen wir dann so wo ist denn mal belade war hinhof jetzt hier drin ich nichts verstehen laupause herstellen jetzt 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 drehen wir das ganze und zwar nach dort schiff das er vorher die bäume abreißt und dann können wir diesen da wieder abreißen hier schon mal so ein bisschen da kommt die armada und das alles mit schön wäre es jetzt gewesen wenn es direkt dahin gebaut hätten ich glaube das ist zu viel verlangt wo will meine stimme bitte hin kannst du mal hier bleiben ich habe noch dinge vor dann haben wir hier strom dann können wir hier mal einmal die richtung eskalieren warum ist da rot ok ok da werden wir weitere bauroboter benötigt das sollte aber alles mehr oder minder im griff sein gucken uns mal wie das hier aussieht ja hier fehlen noch so ein zwei sachen aber dann könnten wir da dieses bahnhof gerät noch anschließen hier ein bisschen den wald noch weg das ist auch schon cool also das ist das funktioniert halt auch sehr sehr schnell deshalb der nachteil dass man im im bauradius seiner logistik logistik zentrum sein muss dann machen wir das ganze noch mal in diese richtung jetzt haben wir es schon mal angebunden was totaler käse ist es könnte so schön sein wenn ich nicht immer alles doppelt und dreifach auf und wieder abbauen müsste das alles unsere regierung schuld jetzt haben wir das ganze angeknüpft jetzt machen uns noch einen bahnhof hier hin und hoffen dass es passt blark bahnhof das nennen wir eisenmine enter da soll ich mal gerade gucken wird da oben irgendwas wo fährt denn unser zug hin der da das eisen ab frühstückt stück hätte uns ruhe gebiet oder bleib stehen sonst muss ich wieder das zugfenster aufmachen das will ja keiner ruhrpott eisenschmelze eisenmine es ist die frage zu welcher eisenschmelze denn jetzt fährt da habe ich auch schon eine idee wie wir das ganze lösen können dass wir immer nur die bahnhöfe anfahren wo halt gerade zu wenig eisen ist zumindest wenig eisenerz das finde ich immer den bahnhof anfahren der am nächsten ist um dass wir die kürzeste strecke haben sondern dass wir immer den bahnhof anfahren der das eisen am meisten benötigt was ist denn hier trödeln wir jetzt hier oder was erst jetzt mal los die 15 sekunden sind ja schon lange oben jetzt ich möchte losfahren mit dem zug aber wenn ich jetzt aussteigen und der zug dann los fährt dann raste ich aus aber so richtig da kommt zu vorbeigefahren warum wird das hier nix fahrt jetzt selber aber so kollege dann erzählen wir mal wo jetzt hin fährst wir fahren jetzt aber im kreis und fahren jetzt wieder da runter doch ich bin ein bisschen stolz offen mal gucken was passiert wenn jetzt 15 sekunden rum sind dann müsste er eigentlich wieder losfahren nehme ich doch mal an ach so der zeigt mir ja an dass ich im zug bin ok ich dachte gerade hier müsste doch eigentlich mein rüstungsfenster und sowas waren du hast jetzt mal eine neue farbe du wirst nämlich jetzt mal richtig schön eisenfarben immer ein bisschen grün raus ich glaube man erkennt man kann erkennen dass das eisen sein soll kann man die auch umbenennen da war der fehler so jetzt fahren wir erstmal in den ruhrpott da dürfte aber eigentlich nicht mehr so viel eisen gebraucht werden weil wir ja alles jetzt mehr oder weniger da unten produzieren hier ist schon mal alles voll der macht jetzt hier die kisten voll ok dann lassen wir uns jetzt mal runter zur eisenmine fahren und kümmern uns dann mal wir haben auf jeden fall noch ein bisschen fracht 6100 und dann kümmern wir uns mal darum dass wir da bedarfsgerecht das ganze steuern können und das entgegen das ist sehr schön da fährt er hin das ding ist eigentlich auch voll der knallt jetzt hier die kisten voll das ist zwar einerseits einerseits ganz schön aber auf der anderen seite ist es natürlich auch lästig also wie viele kisten haben wir das sind 6 12 18 24 mal 2 sind 48 wenn wir in jeder kiste 200 hätten dann wären wir bei 1000 richtig 2 mal 5 sind 10 2 mal 50 sind 100 10.000 keine ahnung ich kann auch kein matter wir gehen einfach mal von einer zahl von 10.000 aus haben wir hier eigentlich grüne kabel ja aber gut jetzt machen wir eins jetzt verbinden wir erstmal die ganzen kisten miteinander das machen wir folgendermaßen das machen wir mal ein bisschen das machen wir mal ein bisschen wir verbinden mal die ganzen kisten miteinander dann kann man ungefähr erkennen wie viel eisen wir jetzt hier vorstiegbar haben wie viel eisen verbinden und dann können wir das erstmal aus der hand legen 92.000 und jetzt schließen wir den erstmal hier an und jetzt mal was wir hier vereinstellungsmöglichkeiten haben für diesen zug ein signal mit einer eindeutig interessant ok aktivieren deaktivieren ich hätte gerne als bedingung zur aktivierung das eisenerz kleiner ist als 10.000 das heißt der bringt jetzt rot er ist jetzt deaktiviert das heißt das nächste mal müsste der eisenzug dahin fahren wenn wir das jetzt mit jeder haltestelle machen und dann fahren wir nur die haltestellen an wo weniger als 10.000 eisenerz hier in den kisten gespeichert ist das dürfte uns eigentlich helfen das ganze so ein bisschen zu steuern könnte das vielleicht noch mit zugsignalen machen ich bin mir noch nicht so ganz sicher wir gucken uns jetzt erstmal an wie das hier funktioniert interessant wirklich interessant da haben wir noch zwei kabel da kriegen wir noch ein bisschen was geliefert gut dann kann man das hier auch einstellen aktivieren deaktivieren wenn eisen kleiner als 10.000 dass das ding ist jetzt aktiv weil wir haben hier insgesamt 0 wenn sich hier jetzt so viel eisen ansammeln sollte dass wir die 10.000 erreicht haben dann schaltet in dieser bahnhof ja auch ab das heißt wenn alle bahnhöfe abgeschaltet sein sollten dann dürfte der zug eigentlich gar nicht mehr irgendwo hinfahren müsste dann in dem bahnhof warten wo er losfährt er ist jetzt einfach nicht durchgefahren und dann machen wir das gleiche auch nochmal mit kupfer wobei wir die kupferbahnhöfe jetzt noch gar nicht am laufen haben was will er denn hier noch sagt mir die ganze zeit hier fehlt noch material 161 ok und ein zugsignal das zugsignal können wir schon mal setzen dass wir das schon mal geschafft das kann natürlich sein dass wir kein schmiermittel mehr haben weil unser öl wieder irgendwo bei minus rum taucht da stehen wieder zwei züge können wir dann mal wieder befüllen und dann muss ich auf jeden fall in der nächsten folge mal an jedem bahnhof sondern so eine kohle einspeisung machen dass das mal aufhört dieses drama hier weil das nervt nämlich gott sei dank nur ein bisschen so aber guck mal wir sind kunststoffmäßig voll hier das heißt wir können hier dann rote schaltkreise abfordern wie wir noch nie rote schaltkreise abgefordert haben da haben wir unseren problem zug nummer 1 treibstoff da kannst du fahren und der muss erwarten wird jetzt dann hier vorbei das ist schön da treffen sich die beiden wieder unsere raffinerie wäre auch noch sowas wo wir dran arbeiten müssten warum erklären wir mal eins warum haben wir hier alles voll mit schweröl und transformieren das ganze aber nicht in leichtöl diese pumpe ist aus weil diese pumpe ist moment warum und wird hier kein schmiermittel hergestellt unter 10.000 stimmt das heißt diese pumpe ich weiß warum denn noch hier die pumpen geändert irgendwo werden angegriffen da hat es ein ton zerstört heute die pumpe schließen oder nehmen wir uns quasi selber laden gelegt mit dem update so bedingungen zur aktivierung wie war das wir geht da rein scharmiermittel können wir auch mal haben wir noch module und halt ausleben ist klar wie viel geht in so ein behälter rein was keine 24.000 das heißt 100.000 ist das richtig 150.000 und du sollst arbeiten wenn schmiermittel kleiner und du sollst arbeiten wenn wir mehr als 9000 haben jetzt müssen wir die auch nochmal neu platzieren weil diese pumpe da ja eine neue form bekommen hat das sind so die nachwirkung von dem update schmiermittel größer lassen was ruhig bei 9000 dann müssten wir jetzt eigentlich weil unsere rohöl tanks müssten auch voll sagen jetzt haben wir gar keine rohöl tanks hier jetzt läuft da unsere raffinerie wieder und jetzt könnte es durchaus passieren dass wir dann auch mal wieder sachen bekommen für die wir brauchen wie zum beispiel blaue fließbänder was habe ich denn da gemacht bin ich denn von allen guten geistern verlassen so das ist das beladebahnhof und blau pause ok ich bin beide im buch drin ich mach mal ein neues buch das nennen wir die bahnhöfe jetzt werfen wir nämlich das da rein und das ok das haben wir da jetzt entlade genau gelade und entladebahnhof wenn wir beide da drin dann können wir die hier nämlich schon mal entsorgen rechts und müll rechts und müll den auch weg das jetzt können wir noch eine kleinigkeit machen bevor wir die folge hier beenden wir machen mal nennt sich das zugkettensignal wollen wir nicht wir wollen einen vergleichenden kombinator bauen setzen wir uns mal hierhin gucken ob ich das hinbekomme jetzt machen wir hier ein lämpchen auf diese seite da haben wir kein strom super ich glaube das gibt wieder überlänge das hier so dieses lämpchen das schließen wir mal gerade noch an diese anlage hier an so farben nutzen dann nehmen wir jetzt konstante rot und die hätte ich gerne als 1 festlegen also wenn rot gleich eins dann soll diese lampe rot leuchten der soll mir jetzt sagen parameter was haben wir hier gesagt größer 10.000 10.000 festlegen ausgang wird dann die variable rot 1 den eingang haben wir jetzt angeschlossen und dann ausgang noch anschließen und dann leuchtet sie rot sobald wir dann hier weniger als 10.000 haben geht die hier aus und dann haben wir noch eine zweite lampe dahin dahin darunter schließen ebenfalls an und da sagen wir jetzt warum leuchtet die rot das verstehe ich noch nicht so ganz dann brauchen wir noch einen zweiten kombinator so entschließen wir dann auf die gleiche weise an eins und zwei so und dann machen wir jetzt einmal ein kleiner 10.000 das legen ausgang kanal grün auf 1 ich drehe den jetzt mal hier in ganz kurz und ganz hoch warum leuchtet die rot ich möchte gerne dass die grün leuchtet gut dann müssen wir was anders machen dann scheint es wohl so zu sein dass diese farbsignale sich überlagern das müssen wir dann mit beachten und ach du scheiße wir sind inzwischen wieder bei 38 minuten wir sehen uns in der nächsten folge wenn es heißt wir übertreiben hier wieder maßlos ja dann lasst mir doch mal einen kommentar da ob euch die folge gefallen hat was euch daran gefallen hat was euch vielleicht nicht gefallen hat und dann würde ich sagen wir sehen uns einfach in der nächsten folge macht's gut bis dann ciao tschau tschau